Sagen Sie mal, wie talken Sie eigentlich mit mir? Was ist denn das für Eins-Situation? Das geht aber nicer. Also wir haben hier ein paar Kontakte, die nicht sauber eingefleckt wurden, oder wie? Dann würde ich vorschlagen, rufen Sie die doch mal persönlich an, Martina. Mach ich. Wer schon angerufen wurde, schreibt das gerne mal in die Kommentare. Wer von euch hat denn schon ein Ticket für die Online-Kundenkonferenz? Wir haben ja tatsächlich schon eine Ticket-Kategorie, das ist die... Ja, dann korrigiere mich, Martina, die VIP-Ticket-Kategorie ist fast ausverkauft, direkt? Fast. Fast, einverstanden. Ja, Freunde, also wer ein VIP-Ticket will, auf jeden Fall jetzt noch melden. Bei den anderen ist noch ein bisschen Platz übrig. Ja, ich gebe euch... Oh, guck mal, ich glänze. Ich gebe euch auf jeden Fall Updates. Und jetzt habe ich zwei Dinge, nämlich... Wir haben ja über Investments gesprochen und ich habe gefragt, wollt ihr eigentlich sehen, wenn ich Bitcoin-Investments mache und sowas? Und dann habe ich Kommentare bekommen, die gesagt haben, Bitcoins würden mich interessieren. Also einige Kommentare auf jeden Fall zu dem Thema, dass es interessant ist. Hier haben wir jetzt folgende Situation. Ich habe hier mal... Ne, warte, das ist das nicht. Das hier ist das. 0,54143 Bitcoin oder 0,521... Ich checke es jetzt genau hier oben. Also ich habe... Sorry, Leute. Hier 0,52178 Bitcoin und ich will den Bitcoin jetzt genau genommen weitergeben. Und zwar werde ich folgendes machen. Ich werde in Economy investieren. Economy, was ist das? Das ist ein ETF quasi, der Bitcoins abdeckt. Müsst ihr euch so vorstellen, nicht nur Bitcoins, sondern andere Kryptos. Der nimmt sich ein paar Kryptos zusammen und spiegelt den Wert der Kryptos. Und wenn ihr nicht genau wisst, was das bedeutet, dann ist das eine gute Möglichkeit, euch einfach mal über das Thema ETF, also Index, Aktienindexe einzulesen. Und da könnt ihr auf jeden Fall das Thema... Da ist auf jeden Fall, könnt ihr euch von Tony Robbins das Buch Money, Money Mastery glaube ich heißt, das könnt ihr euch mal anschauen. Sehr, sehr geiles Buch. So Freunde, das sind nochmal ein paar Wahnsinns-Kommentare, das macht mir sofort Spaß. Der Berghand schreibt, mach wie ich deine Vlogs liebe, mach weiter so. So, danke dir mein Lieber, sehr geil. Auch ein paar interessante zum Beispiel, einfach nachschlagen sagt, kleinteilige Events wären cool, das reicht immer Nachmittag- oder Abendveranstaltungen. Würde ich auch gerne mal öfter machen. Schreibt mir gerne in die Kontakte, wenn ihr sowas wollt. Und in welcher Stadt ihr das wollt. Die Stadt mit den meisten Daumen nach oben. Da gucke ich mal, dass wir das nicht mal demnächst, ob wir das nicht vielleicht demnächst mal organisieren können, dass wir mal so zwei, drei Stunden abends machen. Und dann halt günstige Tickets so à la 25, 30 Euro oder sowas. Hier sagt er, Bitcoins würden ihn sehr interessieren. Wie gesagt, da habe ich jetzt gerade ein bisschen was investiert hier und werde das jetzt dann weiterschieben. Also ich habe mir Bitcoins gekauft und von den Bitcoins kann ich dann Iconomy, den ETF, für den Index quasi kaufen dafür. Was ich sehr, sehr schön finde ist, dass hier zum Beispiel bei dem Gewinnspiel von Paul Mizar viele Leute mitgemacht haben. Das ist immer sehr, sehr, sehr cool, wenn ihr immer sehr aktiv auch seid. Und das genieße ich auch sehr, mit euch wirklich im Austausch zu bleiben. Hier wieder das Thema Kryptowährung, weil ich es auch angesprochen habe. Jetzt haben natürlich sehr viele da unter dem letzten Video auch kommentiert. Wahnsinnig, was da los ist, seit ich wieder regelmäßiger Videos mache. Ich bin so glücklich darüber, dass ihr so kräftig kommentiert hier. Bitte weiter so. Da sieht man zum Beispiel auch, der gute Barron Caesar möchte auch mitmachen am Gewinnspiel. LLC, was ist das? Das ist eine amerikanische Limited Liability Company. Company? Korrigiert mich, wenn ich mich irre. Das ist auf jeden Fall quasi die amerikanische GmbH. Dankeschön, Dani Maria, für deinen Kommentar. Die Vlogs sind super, vor allem, wenn du deine Freundin mit einbindest. Das macht dich noch viel sympathischer. Und hör bitte auf, dich als dick zu bezeichnen. Du bist halt stämmig. Wenn du ein Problem damit hättest, dann hättest du es schon längst geändert. Ich mag es nicht. Zeig mal her, was gibt es da zu essen? Leckeres? Ist das alles für mich? Ja. Guck mal, zack. Oh, Freunde, seht ihr das? Ich habe schon gegessen. Dankeschön. Aber was möchte ich mit euch trotzdem noch klären? Das werde ich euch gleich zeigen. Wenn ich hiermit fertig bin, sehen wir uns einfach sofort nochmal. Guck mal hier, Hershey. Mega gut. Guck mal, Julie ist schon wieder. Wer ist eigentlich Julie? Julie? Wer ist eigentlich... Ja, das ist jetzt natürlich die Frage. Wer ist eigentlich... Wollt ihr... Weißt du was? Wir machen einfach, wir warten das einfach. Schreibt mir mal in die Kommentare, wer ist Julie? Wer könnte sie sein? Ist sie vielleicht meine Schwester, heimlich, von der ich nie gesprochen habe? Ist sie vielleicht meine Affäre, von der Laura niemals erfahren darf? Wer ist sie? Wer weiß, wer weiß? Wir werden es wohl niemals erfahren. Oder ihr schreibt die richtige Antwort in die Kommentare. Schreibt es mal. Ich bin wirklich gespannt. Ja! So Freunde, worüber ich mit euch aber eigentlich reden wollte, war jetzt tatsächlich nicht Julie, sondern ich habe mit euch mal... Hier erstmal gibt es lecker vegane Frikadelle. Dankeschön für die vegane Frikadelle. Danke meiner Mutter. Dankeschön deiner Mutter. Und was ich euch eigentlich zeigen wollte, ist hier, ich zoome mal so ein bisschen ran. Da seht ihr das. Und dann lasse ich das mal hier so ein bisschen ruhig. Ist das ruhig? Wir tun so, als sei das ruhig. Da seht ihr, ich habe mir Bitcoin, Ethereum, ETH, wie auch immer man das ausspricht, und Litecoin geholt. Insgesamt zu einem Betrag von 2300 Dollar, 2378,40. Und das ist inzwischen sogar, nach ich glaube drei Tagen, muss ich nochmal genau schauen, wie lange das jetzt ist, 2483,73 wert. Heißt, ein Gewinn in drei Tagen vor der Steuer von 105 Euro. Das ist die Power von Kryptowährungen zurzeit. Die sind wirklich am explodieren. Sind die sicher? Wahrscheinlich nicht. Sind die eine gute Idee, wenn man einen Teil seines Geldes dahin bewegt? Auf jeden Fall. Das, was mich ganz besonders interessiert, ist eben jetzt wirklich noch mehr in andere, in kleinere Coins zu gehen. Ich bleibe erstmal da, ich gucke, wie sich das verhält. Und ich bin ganz extrem gespannt auf den Zinseszins. Weil, wenn ich jetzt diese 100 Euro, die ich da jetzt, oder 100 Dollar, Achtung, sind nicht Euro, die 100 Dollar, die ich da quasi gemacht habe, jetzt in den letzten drei Tagen oder was, auf die bekomme ich ja jetzt wieder, wenn sich der Wert steigert, wieder entsprechenden Zuwachs. Das bedeutet, der Zinseszins, der könnte hier extrem schnell, extrem hoch sein. Freunde von mir haben innerhalb von drei Monaten ihr erstes Investment wieder rausgeholt. Das heißt, die haben mehrere tausend. In einem Beispiel, ich sage ja keine Namen, in einem Beispiel hat jemand 5000 Euro reingesteckt und hat nach weniger als drei Monaten diese 5000 Euro wieder rausgehabt und zusätzliche 5000 Euro. Oh, die rennen wieder weg da. Wahnsinn. Die wollen nicht unbedingt im Vlog sein. Aber die haben tatsächlich diese 5000 Euro reingesteckt, haben dann innerhalb von drei Monaten mehr als 5000 Euro gemacht. Ich glaube, sie haben ihre 5000 Euro wieder rausgenommen und mit den inzwischen gemachten 5000 Euro weiter ihr Geld vermehrt. Also Wahnsinn, wie das mit Bitcoin funktioniert. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich gerade so extrem auf dem Spartritt bin. Weil ich sage, wenn sich das jetzt mit diesen kleineren Summen von 2, 3, 4, 5000, wenn sich das so auszahlt, wieso nicht sofort einfach 100.000 reinstecken und einfach jeden Tag, ich meine, guck mal, wie viel Prozent sind denn das, sind 5%, glaube ich jetzt, die ich da gemacht habe, korrigiert mich mal bitte, von 2378 auf 100 runter. Das ist ein bisschen weniger als 5%. Wenn du 5% in drei Tagen machst oder sowas, holy fuck, Freunde, das ist wirklich krass. Bin ich wirklich sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Deswegen schauen wir mal und ihr seid live mit dabei. Und lasst mir mal einen Daumen hoch da, wenn ihr mehr von sowas sehen wollt. Dann werde ich sowas in nächster Zeit auch nochmal öfter machen. Gut, bis gleich. Wie funktioniert das jetzt, Judy? Gleich ein paar mehr. Komm. Oh mein Gott, einfach durch das Bein gesprungen. Sehr cool. Es ist ein paar Stündchen später, ich habe jetzt nochmal geschaut. Das Investment Original, sieht man das? Ich glaube, man sieht es hier. Zack. So, das Investment, Freunde. Das ist jetzt von 2.000 auf 2.149, also man kann sagen, 150 Euro jetzt gemacht in drei Tagen. Das ist doch schon solide, das kann man mal so stehen lassen. Da wird sich keiner drüber aufregen, dass das Geld jetzt da ist. Urgemerkt muss man natürlich dazu sagen, dass das Geld, was da jetzt da ist, das ist ja nicht direkt da, sondern das ist ja in dem Investment. Das heißt, ich gehe ja jetzt nicht von den 150 Euro saufen, sondern die sind ja jetzt immer noch da. Aber, und das ist das Spannende, ich kriege ja morgen wieder Dividende. Ja, im Prinzip. Also ich habe ja, sagt man das richtig? Ich bin immer ganz falsch mit solchen Begriffen. Und was ihr einfach wissen müsst, Zins ist Zins. Das heißt, die 150 Euro, die da jetzt sind, darauf kriege ich ja morgen, wenn der Spaß jetzt wieder 3% hoch geht, habe ich ja auch wieder auf diese 150 Euro 3%, was, wenn ich mich nicht irre, 4,50 sein sollten. Korrigiert mich aber bitte, wenn ich mich da jetzt komplett irre. Ihr wisst ja genauso gut wie ich, dass Mathe nicht meine größte Stärke ist. Und das ist das Schöne. Und deswegen lässt man das Geld ja jetzt auch drin, weil wenn ich jetzt das Geld morgen rausnehme, dann habe ich vielleicht 180 Euro gemacht. Juhu, dann kann ich davon saufen gehen. Aber der wahre Erfolg ist ja dann, wenn ich das jetzt noch ein Jahr drin lasse und dann werden aus 2.000 Euro in 3 Monaten meinetwegen auf einmal 4.000 Euro. Uh, da fährt die Kamera. Dann werden daraus nochmal wiederum meinetwegen 3 Monate später auf einmal irgendwie 8.000 Euro oder sowas und dann werden halt daraus auf einmal 16 und dann werden halt, ihr kennt das Spiel, das verdoppelt sich halt immer irgendwann. Und dann bin ich vielleicht irgendwann bei 1.028, ja, also wo aus einem Euro 1.028 Euro geworden sind. Das dauert ein bisschen, aber das passiert ja. Und bei Krypto schneller als bei allem anderen. Also da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Lasst mir einen Daumen hoch da, wenn ich euch in Zukunft mehr über Krypto auch generell erzählen soll, wie gesagt. Wir gehen jetzt ein bisschen zum Sport. Wer ist wir? Thomas, wo bist du? Ja. Thomas hat irgendwie ein Brötchen im Mund oder sowas. Und da der Mr. Online-Marketing. Kennt ihr den? Oh, das geht mal. Ja, kennt ihr. Darf man sagen auch, was du am liebsten vermarktest zurzeit? Nee, darf man nicht. Darf man nicht? Darf man nicht. Aber das ist auf jeden Fall mindestens genauso lustig wie der Helm, dass ich den Helm hier trage. Der Gonzalo ist immer am Randalieren, aber dann beim Fahrradfahren Helden tragen. Ach, was wir auch gemacht haben, ist eine Umstrukturierung im Team. Wir haben jetzt gesagt, wir möchten gerne mehr fokussieren auf bestimmte Projekte. Und haben dafür auch zwei, drei Jungs von anderen Projekten nicht 100% abgezogen, aber wirklich von, wo die das vorher so 50, 60% gemacht haben, werden die das in Zukunft nur noch so circa 20, 10, 20% machen. Wir werden dafür andere Jungs unterstützen, weil wir gesagt haben, wir möchten gerne ein, zwei Projekte jetzt in den nächsten Monaten ganz, ganz krass zum Durchbruch bringen. Was natürlich auch wundervoll läuft zurzeit, ihr bekommt das sicherlich mit, ist die Online-Kundenkonferenz, die ist, da gehen ordentlich Tickets raus jeden Tag. Also da freue ich mich sehr, dass ihr euch so drüber freut. Und wer noch kein Ticket hat, der findet das Ticket, den Link natürlich in der Infobox. Ich mache jetzt, wie gesagt, ein bisschen Sport noch für den Abend, das sieht man. Ich schwöre euch, ich habe Muskeln, man sieht das einfach auch noch nicht. Ja, coolste Büroatmosphäre ever. Achso, und was ich vergessen habe zu sagen bei der Online-Kundenkonferenz, ich möchte das gerne so ein bisschen machen wie Wolf of Wall Street. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, was ihr in dem Film Wolf of Wall Street geil fandet, was wir bei der Online-Kundenkonferenz auch machen sollten, damit das ein noch geileres Event wird. Wir sehen uns gleich wieder, Freunde. Freunde, jetzt einmal durch den Regen gefahren, guck mal, man sieht das auch. Oh, ich sehe echt fertig aus und keine Zeit zum Umziehen. Läufer zieht noch ganz schöne Schuhe an und wir treffen jetzt zwei Leute, die ihr womöglich bis wahrscheinlich auch kennt, wer das ist und was die machen, das sehen wir gleich. So, meine lieben Freunde, ich schaue gerade an der Kamera vorbei, in die Augen einer bildhübschen Frau und dieses Mal ist es nicht die von euch gewohnte, sondern es ist diese. Und Leonie, das letzte Mal, als wir ein Video miteinander gemacht hatten, wurde das so mies bewertet, dass ich nicht weiß, ja, wahrscheinlich, 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 wahrscheinlich war es genau das. Nein, lasst mir mal bitte einen Daumen hoch da, wenn ihr der Meinung seid, dass schöne Frauen sich in den Vlogs öfter mal tummeln sollen. Die Sache ist ja auch, ich heule ja immer, wenn das schon bewertet wird. Genau, also bitte nicht die Frau zu meinen, aber hier auch der André Lein und Thürmann. Dankeschön. Wenn ihr mal einen guten Podcast hören wollt, dann solltet ihr dem Link in der Infobox folgen. Wenn ihr mal einen guten YouTube, wenn du weiblich bist und einen guten YouTube-Kanal sehen willst, solltest du auf jeden Fall der jungen Dame durch den Link in den YouTube-Channel folgen. Und wir sehen uns morgen wieder. Wir haben uns jetzt nochmal ganz toll unterhalten, eine Sache, oh, muss ich so halten, oder? Eine Sache, die ich ganz, ganz toll finde, auch an André, als wir jetzt miteinander gesprochen haben, ist, dass André immer sehr, sehr stark wissenskommunizierend basiert, kommuniziert hat, ja, auf Deutsch. Also er hat immer überlegt, wie kann er was sagen, was was bringt, ja, also wie kann er was sagen, was vielleicht auch mir was Mehrwertmäßiges bringt, auch, und es war sehr, sehr angenehm. Also wenn wir uns mal treffen, lasst uns bitte scheiße labern, aber lasst uns bitte auch über Dinge reden, von denen wir am Ende was mit nach Hause nehmen, wo wir beide mehr haben. Gut, in dem Sinne, ich wünsche euch alles Gute, wir sehen uns morgen, bis dahin, viel Spaß, ciao, und, achso, alle Lieben, die euch jemals interessieren könnten, redet die unten in den Infobox!